Yo Leute, wir sind's wieder. Game Dragons und Orange. Meine Grappler. Ja, weil es euch so nett, der letzte Vlog so gut gefallen hat, machen wir jetzt direkt einen Tag darauf noch einen Vlog. Es regnet wieder einmal. Oh, ich hab ein Zettelstick genommen. Viel stärker. Und ja, wir fahren jetzt zum Bismarckplatz in Heidelberg, zwar nicht richtig weit weg. Und da, ich hatte ja letztens versprochen in meinem Video, dass ich auf jeden Fall zum GameStop gehe. Und das machen wir heute, Leute. Let's go. Also ich hoffe, es wird euch gefallen. Wir machen gleich einen Ausschnitt, wie wir in der Bahn sind. Vielen Dank. 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 Miracles in life I must achieve But It's late and I'm awake Oh